Ja hier muss ich lang. Ich frag mich wo hier dahin ist. Ho ho alle zusammen. Mein Name ist Jaita und es ist wieder diese Zeit im Jahr. Willkommen zu Slaybells. Ich slay dir deine Bells. Sass. Und Leute ich hab natürlich ein Weihnachtsgeschenk für euch. Nämlich ist es endlich soweit. Mein Discord Server ist da. Und ein ganz fettes Dankeschön geht da raus an Steffo. Der sich wirklich, sorry meine Wortwahl, den Arsch aufgerissen hat. Die letzten Tage und Nächte den Server rechtzeitig fertig zu bekommen. Und das alles zu machen. Geht auf jeden Fall mal auf seinen Kanal rüber und lasst ein paar nette Weihnachtsgrüße da. Ich muss also ein Geschenk abgeben. Für Billy. Er hat mich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Oh okay. Mir wurde also mal so weggenommen. Jetzt lebt er bei seinem Vater. Cool. Ich vermisse meinen kleinen Billy. Die Flashlight können wir toggeln. Es ist wunderschöne Game Grafik. Das ist wirklich toll. Ich hab einen Stamina Balken. Guten Tag da hinten. Falls das ein Mensch ist. Ich erkenne es gerade noch nicht. Ah. Aha. Okay. Frohe Weihnachten. Was ist es denn mit euch, Alter? Gott. Sorry, Link. Ah. Yellow Dots. Ist er das? Oh, hier. Ich lass das Geschenk einfach mal hier. Ich glaube nicht, dass sie mich sehen wollen. Ich geh jetzt mal wieder nach Hause. Es wird ziemlich spät. Das wird niemand mitnehmen. Niemals. Vor allem nicht, weil hier überhaupt noch losere Mocken. Nein. Wo auch immer zu Hause eigentlich ist. Oh nein, ein Auto. Huch. Ah. Guck mal. Wir haben eine Open World, aber wir sperren das jetzt alles mal ab. Hierüber werde ich wohl nicht nach Hause kommen. Ich muss durch den U-Bahn-Tunnel gehen. Das ist super. Eure Minimap ist sehr nützlich, wenn ich nicht weiß, wo der nächste Punkt ist. Game Design. Oh, hier ist noch ein... Alter, wieder... Der kann seine Reifen so verstellen, wisst ihr? Ah, tatsächlich. Da. Subway. Nein, es ist nicht das Restaurant. Mir wird hier bestimmt nichts passieren. Das Spiel heißt nur zufällig Sleigh Bells. Mir werden gleich mal richtig meine Bells weggeslayt. Sass. Tasty Burger. Hot Sausage. The Cat and Mouse Experiment. Okay, das klingt komisch. Dieses Stockbild, Alter. Oh, hier noch, Mann. Guck mal. Fröhliche Weihnachten. Hi. Gasp. Oh, bitte nicht Gasp. Nein, nein, nein. Bring das nicht zurück. Verrächt mich der schein Stein auf. Wer würde nur so etwas tun? Oh mein Gott, Schock. Ich sollte besser hier raus, bevor die Person, die das getan hat, zurückkommt. Well, du drehst dich jetzt um, gehst zurück und sagst bei den Polizisten, die fünf Meter hier nebenstehen, Bescheid, was hier unten los ist, ne? Klingt das nach einem Plan? Ja. Ja, natürlich. Ach, willst mich doch verarschen. Sie fragen, wie du bist, aber du musst nur sagen, dass du gut bist, wenn du nicht wirklich gut bist. Ah, naja, klar. Okay. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Santa, was machst du denn? Oh mein Gott, er kommt. Ich bin weg. Bitte slayen Sie nicht meine Bells. Dankeschön. Ich hab doch nichts gemacht. War ich so unartig? Es ist für die Wissenschaft, okay? Ich, ich, ihr wollt das doch auch wissen. Oh Gott. Oh, what? Oh, ne. Oh, da ist er. Wo denn? Oh, das bringt ja viel die Crew, die ist ja wirklich toll. Also muss ich ja wirklich sagen. Santa. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Ich kämpfe nicht. Aber ich will keine rote Nase verpasst bekommen. Nein. Oh. Oh. Das war keine gute Idee. Ich kann also nicht fighten. No way. No, ho, ho, ho. Ah. Ähm, das lief gut. Ah. Wo denn? Keine Ahnung. Das ist kein Hello Neighbor. Ich kann ihn nicht einfach durchrennen, du blöder Arsch. Ah. Mann, Alter, wieso ist der so gruselig? Ich schrei immer so hohen Oktaven. Ne, das ist ja. Nee. Nein. Nein. Das Spiel ist schwieriger als ich dachte. Ich dachte, wir haben jetzt hier eine besinnliche, kleine, schöne Weihnachtszeit für uns. Mein Gott. Dafür bin ich im falschen Genre. Sleigh bells, Alter. Ach, halt dein Maul. Jetzt ist er unten. Warum sind denn hier überall nur Toiletten? Toilet Rooms. Ja, hier muss ich lang. Geh dich nicht um. Oh. Wow. Lass mich raten, jeder ist tot. Oh mein Gott. Es ist plötzlich sehr ruhig. Ich frag mich, wo jeder hin ist. Hm. Ich hab doch nur ein Geschenk verteilt. Aber Santa wollte nicht, dass ich seinen Job übernehme. Der schleicht doch hier rum. Wenn der gleich... Oh Gott, hier sind so enge Gänge. Was ist denn mein Plan jetzt? Oh, hier ist das Ziel. Hinter dem Zaun. Ne, am Zaun. Ah. Press E to interact. Arrg. Warum müsste ich ständig dieses Tor verschließen? Ich bin so nah dran, nach Hause zu kommen. Vielleicht kann ich das zerbrechen. Ja, du hast ein Brecheis in der Hand. Dann zerbrich... Ah. Der will mich auch zerbrechen. Santa. Don't. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab kein Brecheisen mehr. Cool. Ich hoffe, ich brauch das nicht mehr. Um sich jetzt irgendein Item finden. Und natürlich ist es in der Mitte, wo ein übelstes Labyrinth ist. Weil mich ganz einfach von hinten einmal kurz richtig durch... Däger, was? Ah. Vielleicht kann ich es damit zerbrechen, ne? Ah. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Oh, es laggt. Oh, renn! Renn! Nein, ich war doch so close. Oh, ich kann das nicht lesen. Doch, nö. New Objective Edit, Alter. Hier hoch. Please, Santa. Das war ganz artig. Oh, what? Ich kann doch eigentlich ein bisschen chillen. Der kommt doch hier niemals hochgelaufen. Nee, Diggi. Wir sind wieder in bekannten Gegenden, hä? Pistol Ammo. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Yes! Junge! Jetzt geht's los, Alter! Jetzt geht's los! Ich knall dir deine Rübe weg, Junge. Wo bist du? Santa? Ich weiß, du bist hier, Junge. Komm raus. Ja, du Ball. Bell. Bell. Stirb, Santa. Ja. Oh Gott, ist der schnell! Ich bin der Gefahr. Guck mal, es sind 24 Patronen. Wo ist der schnell? Oh! Aua! Ja! Du! Kannst nicht vorbei! Du hast Santa umgebracht. Fröhliche Weihnachten. Das war doch schön, oder? Falls ihr noch die Zeit habt, dann checkt doch gerne dieses. kleine Winter-Horror-Game hier aus. Das war auch sehr lustig. Und dann würde ich sagen, schenkt mir doch gerne ein Like und ein Abo. Und macht euch heute eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao!